Hey Freunde, was geht ab, ihr war am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute habe ich uns mal die vier absolut behinderten Pokémon-Fails rausgesucht, weil einfach so unglaublich dumme Sachen auf der Welt passiert sind. Wir hatten ja schon mal ein Video darüber gemacht und da dachte ich mir schon, aber ja, es geht noch schlimmer und das erzähle ich euch heute. Also lehnt euch zurück, holt euch was zu knabbern oder Pfeffer. Warum Pfeffer? Lehnt euch auf jeden Fall zurück und gönnt euch, Leute. Der erste Pokémon-Fail war in Baltimore, das ist, glaube ich mal, Amerika. Auf jeden Fall hatten da gerade drei Polizisten ganz sicherlich eine Pause, es war schon dunkel, sind also aus ihrem Auto ausgestiegen und haben sich auf den Gehweg gestellt und ein bisschen gequatscht. Plötzlich kam ein Pokémon-Go-Spieler um die Ecke gefahren mit seinem Toyota und ich meine, Leute, wer guckt aber auf die Straße, wenn man aufs Handy gucken kann und Pokémon catchen kann, denn Mr. Toyota ist einfach in das Park in eine Polizeiauto reingefahren und hat einfach einen Unfall gebaut mit einem Polizeiwagen. Leute, wie kann sowas passieren und dann auch in den Polizeiwagen rein? Auf jeden Fall ein heftiger Fail und somit auf Platz Nummer 4 und wenn du das siehst, dann ist es wahr. Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus an dich, weil du entscheidend ein ziemlich kleines Hörn hast. Der nächste Pokémon-Fail-Moment ist einfach noch heftiger und auch noch krass gefährlicher, denn gerade beim Unfall ist nämlich nichts passiert. Dem Fahrer generell ist nichts passiert, aber trotzdem war es einfach so unglaublich dumm. Weiter geht's mit dem Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 belegen nämlich zwei Boys. Warum zeige ich drei, wenn es zwei sind? Platz Nummer 2 belegen zwei Boys aus dem Norden von San Diego Country, die sich nämlich dachten, du fangen wir doch mal Pokémon an der Klippe und sind eine Absperrung, also sind halt drüber über die Absperrung drüber geklettert, um halt näher an das Pokémon ranzukommen, haben ab nach der Absperrung nur noch auf ihr Handy geguckt und sind somit die Klippe runtergefallen. Das krasse ist, einer ist ganze 30 Meter runtergefallen und der andere 15 Meter. Das krasse jedoch, dass beide überlebt haben. Du weißt ja, wir sind natürlich nicht von oben einfach runterplatsch auf den Boden geklatscht und er ist wieder aufgestanden und dachte, yeah! Nein, Leute, er wurde tausendmal abgefangen und bla bla und ist mit hunderttausend Knochenbrüchen dann ins Gefängnis gekommen. Warum sage ich Gefängnis ins Krankenhaus? Auf jeden Fall kam er ins Krankenhaus, Leute, und der andere natürlich auch und Leute, es ist so unglaublich dumm, wie kann sowas passieren? Der nächste Platz geht an einen YouTuber und zwar LenziPo. Grüße gehen raus an dich, hab noch nie von dir gehört. Auf jeden Fall hat er sogar live ein Pokémon Go Video gerade gedreht und ist dabei auf ein Privatgrundstück von einem anderen gefahren. Das Ding ist in Amerika und auch in Texas und keine Ahnung was. Da darf man ja, wenn man Leute auf seinem Grundstück sieht und sagt, geht runter und sie gehen nicht, einfach aufs Schießen. Und sie ist halt da draufgekommen und man hört nur so eine Stimme, was macht ihr hier? Und sie haben halt erstmal nicht geantwortet und daraufhin hört man einfach Schüsse. Ja, der Hausbesitzer dachte sich, geht mal einen kompletten Fuck drauf und hat einfach angefangen, auf sie zu schießen. Auf jeden Fall richtig krass, die beiden, denen ist nichts passiert, aber sie sind mit einem heftigen Schock davongekommen. Ich meine, Alter, ich wäre auch so krass geschockt dann. Du bist da so ein ganz gechillter Pokémon-Funk und auf einmal ballert Deiner auf die Chilosa. Ah, alles klar. Und Leute, Numero Uno... Grüße gehen raus an den Apparat. Numero Eins ist der liebe Twitch-Live. Und ja, Leute, Numero Uno, also Platz Nummer Eins, geht an einen lieben Livestreamer, der auf Twitch gelivestreamt hat. Und nachts um halb drei oder viertel nach zwei, ich weiß nicht genau, vor einer Kirche irgendwo in Amerika saß und Pokémon gefangen hat. Er sagt, dass so ein Livestreamer hat sich so voll gewundert, weil da war so ein LKW-Truck, der hat sich da so hingestellt, einfach so random. Und da waren halt zwei Leute drin. Und er sagt auch so, hey, wer ist das? Ah, vielleicht damit ja auch Pokémon voll cool, weil da halt ein Pokestop war. Doch auf einmal geht die Tür rauf und eine Leiche fällt einfach da raus. Ein einfach ein Körper fällt da raus, leblos. Und der Typ kam erst mal hart auf sein Leben nicht klar. Auf jeden Fall war da halt eine tote Person und es sah halt ganz anders aus, hätte die andere Person sie umgebracht. Daraufhin hat die andere Person natürlich das Auto entdeckt, wo er geleistet hat und dachte sich, yo, den muss ich mir jetzt auch noch holen. Daraufhin ist er zum Auto gelaufen, jedoch ist der Livestreamer einfach losgefahren und fuhr mit seinem Auto einfach weg. Das Ganze kann man halt einfach nachvollziehen, weil im Pokémon siehst du, wie der Spieler wegläuft. Und es ist einfach so krass, Leute, ihr müsst euch das gönnen, ich blende es auch gleich mal ein. Auf jeden Fall fährt er und fährt er, aber wird von dem Truck verfolgt und von dem Mörder. Ruft dann noch im Livestream live die Polizei an und meint so Hilfe, bla, die Polizei denkt dann erst er war der Mörder, weil er so voll aufgebracht ist. Und Leute, es ist so krass, was alles passieren kann, wenn man Pokémon zockt. Und ich würde sagen, Leute, gönnt euch mal kurz den Ausschnitt. Auf jeden Fall richtig krass. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video, lasst einen Daumen nach oben, warum sage ich das eigentlich immer zehnmal? Lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, ciao. Outro